Spanien steht im Endspiel der Fußball-WM in Ozeanien. In Auckland bezwangen die Spanierinnen Schweden mit 2 zu 1. Salma Paralluelo traf in der 81. Minute zum 1 zu 0. Rebecca Blomquist stellte sieben Minuten später wieder Gleichstand her, ehe Olga Camona unmittelbar danach den Siegtreffer für Spanien erzielte. Red and yellow for a semi-final that really lived up to the hype and the Spanish fans won't have far to travel either for the final Stadium Australia, just 20 minutes or so from where I am now, what a performance from them, Jorge Wilders side have defied all the critics into the FIFA Women's World Cup final for the first time in their history. Sam Ashu for Euronews in Sydney.